Hallo liebe Action Fans, da sind wir wieder bei Just Cause 3. Ja, wir haben die Stadt befreit, alles gut. Wir haben auch sogar noch unseren Hubschrauber völlig unversehrt. Also können einfach mal schauen. Da können wir, was ist das? Ja, das ist schön. Können einfach mal schauen, wo eventuell, ne, das ist wieder so ein Gebiet. Wo man, da, da, sieht wieder mal nur nach so einer, kann man von da nach da mal wechseln. Sieht nur noch so einer kleinen, und da wird was da in einer kleinen, kleinen, kleinen Kloster oder so aus. Ja, das ist nur ein Kloster, das sehe ich jetzt schon. Da brauchen wir uns gar nicht erst die Mühe machen, dann wird eher hier was da sein. Was ruckelt das so? Ich habe gerade irgendwie 20 Frames. Moment mal. Okay, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was ihn da gerade gefressen hat. Ah, da haben wir doch was Schönes. Das dürfte ein weiteres Städtchen sein. Ein Huster. Jawohl. Achso. Hä? Eine Ansiedlung. Oh. Die ist aber auch wirklich klein und knuffig. Wie tief ist denn die bitte? Das Ding mal kurz platt machen. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Verstanden? Verstärkung ist unterwegs. Okay, das ist auch frei. Da haben wir noch ein bisschen was. Das ist auch weg. Wovon haben wir denn jetzt noch hier? Ähm... Oh ja, da ist noch irgendwo eine Statue. Da haben wir noch ein Trötchen. Huch. Hat das? Ja. Lautsprecher. Ja. Nehmen wir euch mal mit hier. Irgendwo höre ich auch einen Hubschrauber. Ich sehe... Ach, da ist die Statue. Da war die Statue. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Oh, da ist irgendwo ein Hubschrauber. Au, 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 au. Ja, ja, ja. Ich muss, ähm... Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. Vom Baum getötet? Oh. Das ging schief. Gestern Abend wurde der Nachbar... Äh... Hat er mich natürlich wieder noch da hinten gepackt. Äh... Wegpunkt setzen. Was für ein... Was macht er da oben? Der hat ein Falsches. Ja, habe ich. Und ich brauche diesen Hubschrauber mal kurz. Ach, da gab es doch Fackeln. Warte mal. Äh, Moment. Ja, die... Äh... Nein, 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 nein. Schön, wenn du meinen Hubschrauber da kaputt fährst, ne? Dann garantiere ich dir. Keine Fackeln? Oh. Hatten sie nicht letztens noch bei Ebay verkauft? So. Auf zum Städtchen. Da unten sehen wir sie doch. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Oh ja. Ein wenig zu tun. So, eigentlich müsste es runtergehen. Das ist ja irre hoch hier. Kann ich ja besser aussteigen. Oh, das geht ein bisschen schneller. Obwohl... Wo ist der Hubschrauber? Nein. Okay, war nicht ganz so spektrum. Ich hätte sie... Ich hätte... Ich... Ja. Jetzt sind natürlich die ganzen... Äh, gut. Entiyi schaust. Ja. Oh, da haus. Au! Auf das hier... Oh, da... amps. dumb ass. windchú's. Alle Einheiten hierher. Was? Machen wir uns mal hier so ein bisschen was frei. So. Ähm, da haben wir auch noch einen. Das können wir auch nochmal aufmachen. Oh. Äh. Da war doch nicht mehr so viel übrig. Ein Propagandaschild haben wir noch. Wo haben wir das denn? Da, Wegpunkt. Und der Baum. Ja, oh, ah, ouch. Ah, und nochmal mit dem. Ja. Mhm. Schaffst du das auch? Verbrauche Verstärkung. Verbrauche Verstärkung. Wir verlieren die Kontrolle. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Ähm, äh, nein, nein. So. So, nutzt du deine Umgebung. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Worauf schießt denn der? Der ist tot. Hey, das war doch einer. Achso. So. Haben wir noch Muni, was wir brauchen können? Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Nö. Ich glaube, da bleibt jetzt nur noch... Nein, 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 nein. Nicht schon wieder so ein Dingsgedön, siehe ihr da. Wie viel haben wir denn davon? Ah, ich muss erst die Alarmstoffe wieder zurücksetzen. Ha. Äh, müssen wir noch mal warten, bis sich die Lage beruhigt hat. Dann können wir versuchen, das System zu deaktivieren. Ist ja nicht gerade so einer meiner Lieblings, ähm. Wie wird es immer noch? Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Nee, nee, ich bin unsichtbar. Äh, hab das gesehen. Unsichtbar. Nen, ja. Wäsche. Auch schön, ne? Ordnung muss sein, Sauberkeit muss sein. Warum hab ich denn da jetzt schon wieder Alarmstufe... Hä? Oh, Mendo. Wie doch... Ich will doch nur in Ruhe... Ja, so siehst du hoch. Genau, ich versteck mich jetzt erst mal im Gebüsch. Versteck mich hier im Gebüsch und dann wird alles gut. Er hat eine Waffe! Könnte ich jetzt mal... Ah, endlich. Er muss zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. Nee, genau. Ich bin einfach weg. Jetzt würde ich ganz gerne mal dieses Kack-Ding hier wieder... Oh, so ein Mini-Pupel-Städtchen, ja? Und das hat so ein System. Zweiter. Ey, nicht wahr, oder? Das ist ja schon wieder... Oh, da hab ich ja schon wieder Böcke drauf, ne? Ähm... So... Dann war doch hier direkt noch eins. Komm, komm, komm. Mach, mach, mach. Dann haben wir da noch einen. Und... Boah. Der wäre dann noch da. Yeah. Und geschafft. Dann heißt es jetzt wahrscheinlich Flagge hissen. Äh, 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 da. Ne, da sind Waffeln. Ach, die holen uns auch mal eben. Flagge hissen. Da sind die Waffen. Arschloch. Er lernt es auch nie, ne? Er lernt es auch nie, ne? Wie ist die Lage? Bitte kommen! Heilige Scheiße! Ja. Genau, so ist die Lage. Äh... Flagge hier, da oben. Und runter und... Dankeschön! Werde ich haben. Okay. Aber das scheint auch das richtige Gebiet zu sein. Ein Schritt Richtung Freiheit. Diese Abrollen denn jetzt? Da komme ich ja immer noch nicht so ganz drüber weg, ne? Das ist ja schon... Die sind ja schon ein bisschen ätzend, ne? Ganz dezent gesagt. Da haben wir... Äh, war ja aber sieben. Oh. Sieben weitere. Äh. Da haben wir noch eine größere Stadt. War das die, die ich vorhin gesehen hab? Hm? War die das? Wow! Da komme ich nie rüber... Doch, hier ist viel Aufwind. Das könnte... Okay, das klappt. Ich bin total aufgeregt. Celata wurde von der Tyrannei der DRM befreit. Endlich verbreiten keine Lautsprecher mehr die Ravellos schwachsinnige Parolen. Resista. Na, komme ich über die Bäume? Na, und, 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 und. Roms, 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 Roms. Elegant. Na, das geht doch. Und? Na, so kommen wir vorwärts. Äh. Wir haben erfahren, dass eine Limousine einen von die Ravellos Spitzeln abholen soll. Klau die Limousine und übernimm den Job, indem du dich als Fahrer ausgibst. Ja, Kopfschluss-Kromo wissen wir doch jetzt. Machen wir das? Ja, holen wir den mal ab. Da steht er. Na, komm in die Hufe. Oh, schneller. Und lass dich nicht vom Auto überfahren. Da, guck. Das war aber knapp. Das Militär darf nicht wissen, dass ein Insider seine Informanten an uns verpfeift. Es muss wie ein Unfall aussehen, aber spring rechtzeitig ab. Tod bist du nutzlos für uns. Ein Problem weniger. Das war die beste Idee des Tages. Na, kommen wir da wieder hoch? Ja, gemüht. Mr. Schwarzbacke wieder. Guten Tag. Und los geht's. Och, Mann. Haben es doch bemerkt. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Alle Einheiten hierher. Ach, kommt der denn her? Was? Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Boden-Team. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Ah, ja. Wie macht er das? Wie macht er das? Wie auch! Das Prinzip der Demokratie... Oh, da kann man schon mal ein bisschen Verwirrung stiften. Der Wasserturm ist erstmal weg. Hier haben wir irgendwie so ein rotziges Siravello-Band. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Oh. 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 Das sieht nicht gut aus. Hoppla. Habe ich das Band wenigstens? Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Oder habe ich das Band jetzt gesprengt? Kein Problem. Da geht die Party ab. Zielpersonen benutzen ein Haken-System. Ja. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Wer trifft mich denn da bitte noch? Hä? Hä? Oh. Da ist noch ein Diravello. Darum haben wir uns mal direkt gekümmert. Geh. Neh. Neeh. Ja. ... ... Hm. Und tschüss. Türe zu. Hm. Könnt ihr jetzt eigentlich schon uns? Nö. Nochmal ein Huster. Ranzen im Hals. Schön. Ja, scheiße, ja. Ich hab erwischt. Nehmen wir jetzt mal. Hm. Hm. Ah. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. So, die Polizeistation gehört auch uns. Sehr schön. Noch mal ein bisschen was auffüllen. Was brauchen wir denn noch? Was haben wir denn noch? Da haben wir ein paar Plakate, einen Generator. Der müsste doch hier irgendwo sein. Da haben wir noch einen Generator. Komme ich da ran? Darüber, Schöpfe. Ziel wurde nicht gefunden. Suche abbrechen. Ach, die Statue, da. Da haben wir die Statue doch noch. Und irgendwo noch eine Träuter. Okay, die suchen wir gleich. Das müsste reichen. Nicht auf meiner Insel. Und da haben wir noch Plakat. Träuter. Ah, da haben wir den Generator. Was ist da draußen los? Bitte komm. Warum antwortet niemand? Jetzt. Ich bin so weit weg. Ich bin so was von bereit. Wir haben Feinkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Die Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Sauberer Schuss. Kommt die denn jetzt plötzlich alle her? Hallo, sterben. Hier ist die Hölle los. Wir brauchen Hilfe. Der nächste, bitte. Die Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs zu euch. Und gerade habe ich wieder ein Ruckelproblem. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Ich weiß nicht, ob man da recht dann gerade irgendwie zum Waren wird oder so. Ganz schöne Frambrüche gerade. Tut mir leid. Kann ich gerade relativ wenig machen. Ich habe fast keine Munition mehr. Warum haben die alle eine andere Waffe? Dann nehmen wir die wieder. Ich weiß nicht, woran das liegt, gerade hier mit den... Ich glaube, ich werde die Folge beenden, weil das Ruckel will ja keiner. Dann hoffe ich, sehen wir uns mal wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Zocken für den Frieden. Und bis dahin, viel Spaß.